hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir in dem video geht es um das ding dahinten aber alles weitere seht es noch im intro. bis gleich ich habe da jetzt endlich in der hand, ich meine endlich, ich habe schon jetzt drei oder vier wochen dahehen bin aber nicht dazu gekommen dass ich mich beschäftigt damit und würde da eigentlich mit euch das unboxing video machen und zwar vom dji der osmo mobile 2. es handelt sich dabei im endeffekt um ein stabilisationssystem für handys also wenn ich mein handy fühle, dass ich meine aufnahme stabilisieren, so wie ich es auch schon getestet habe von der firma rolai und warum ich den genommen habe, weil dji eine relativ gute qualität hat meiner meinung nach und weil der preis nicht gar zu hoch war, also 194 euro in 149 euro hat mich jetzt nicht so geschreckt, dass ich gesagt hätte, das ist mir zu teuer, dass ich das einfach kaufe zum testen und wir machen das jetzt schnell zusammen auf und fangen wir gleich auch damit was soll ich großartiges über die verbockung sagen, ich kann auch nichts großartiges über die verbockung sagen, weil dji die verbockung eigentlich immer schein macht mir gefällt das, der weiße look gefällt mir allgemein bei dji oder der aufdruck und so weiter ist alles schein ich muss ehrlich sein, ich habe ihn immer schon offen gehabt, dass ich ihn laden kann, aber dann machen wir nochmal aufdauer ich hoffe, ihr seht das jetzt alles und wenn wir offen haben, natürlich das erste was wir sehen, sind die anleitungen wie gesagt, da sind die anleitungen drinnen dann haben wir nochmal eine große verbockung drin, ich hoffe, da haben wir gleich auf die seiten wieder und dann muss ich wieder sagen, das ist echt meiner meinung nach lobenswert bei dji eine verbockung, ich meine, das ist jetzt nicht klar aber eine verbockung ist sehr robust und wenn man sagt, man will ihn mitnehmen und man hat da einen platz dazu, dass man so ein ding verstauen kann, wäre sie erst geschützt also das ist wie bei der fandom 4, so ein preister, echt stark preister äh, stark preister, so ein stark preister, so ein stark preister styropor aber ich will euch nicht lange auf die folter spannen, das wird nicht lange dauern und zwar, man macht ihn auf und da ist schon alles da haben wir dann ein größerer den brauchen wir nicht da haben wir jetzt einmal in Osmo Mobile 2 an sich und was ist noch dabei? ein Ladekabel das war's schon holen wir mal den Gimbal raus das Ladekabel holen wir auch raus und den Schutz dann wieder weg und die andere und die Anleitung dann weg kommen wir zum Gimbal selber er hat für mich ein kleines Manko ich habe noch nicht echt nicht wirklich viel getestet das werde ich in einem weiteren Video mit euch machen also ich werde schon Aufnahmen mit dem Gimbal zeigen aber ich würde da jetzt noch nicht wirklich ein großes Fazit darüber ziehen ich muss euch eh die Software auch zeigen weil man kann auch mit der App irrsinnig viel machen aber schauen wir ob sie es im Gimbal selber machen es fällt gleich mal auf dass der Gimbal selber komplett aus Kunststoff ist das ist jetzt da, wenn ich mich ein bisschen auf Facedown greife man merkt das jetzt schon ein bisschen dass er wie gnaht dass er ein bisschen so gnaht wird aber das soll ja nichts heißen über das Gerät solange ist Gerät den Sinn erfüllt für den was ich es brauche also ist es ok für mich was sehen wir da alles wir sehen ein Rekord-Fotoputton wir sehen den Modus-Button und wir sehen da ein Joystick Marotte auf der Seite ein Schieberegler für Zoom also es ist meiner Meinung nach nichts schwieriger als wenn man mit dem Gimbal jetzt da filmt dann muss man umgreifen weil dann will man hingreifen aufs Boot und zum Beispiel Zubi zoomern daugt mir dass ich da auf der Seite eine Schiebereglerung habe und noch zum zeigen ist eigentlich wir haben da hinten noch ein USB-Port also ein USB-Port ein USB-Anschluss auf der Hinterseite mit dem USB-Anschluss kann ich mein Handy gleichzeitig lohnen wobei da gibt es ein kleines Problem und zwar wie lohne ich mein Handy wenn mein Handy da drinnen steckt und mein Ladeanschluss eigentlich da hinten ist aber ist ja egal macht ja nichts im Endeffekt wenn ich ihn nicht nutze kann ich den USB-Stecker trotzdem hernehmen und mein Handy lang an damit dann gilt der ganze Gimbal eigentlich als Powerbank mach wieder zu wie gesagt die Vorarbeitung an sich ist ja ich finde es schon ein bisschen billiger mir hat das bei Role der mit Toylog hat mir ein bisschen besser gefallen der Role war ein bisschen teurer hat er 249 Euro gekost also wir werden das jetzt zusammen machen ich habe mir mein Handy da geschnappt wir werden das jetzt da gleich zusammen in den Gimbal einbauen und wir werden gleich einen ersten kleinen Test starten im Gimbal starten und schauen ob er sich stabilisiert und wir werden das jetzt da zusammen einstellen also wir nehmen das Handy ein ganz einfaches System einfach auseinander drücken und das Handy da zwischen rein schieben nach unten drücken und dann hätten wir eigentlich das Handy schon mal im Gimbal drinnen natürlich jetzt fliegt es noch auseinander weil es ist ja noch nichts eingekriegt desweiter ich stelle mir das jetzt extra so her zu mir und wir machen das über die Kamera ihr seht es mein Handy vom Schwerpunkt her zieht nach links dann hat man da eine weitere Einstellschraube und zieht die öffnet man ich hoffe das sieht man da da hinten die öffnet man dann kann man den Arm oder den Arm verschieben ok das tun wir jetzt einmal das heißt ich richte meine Hände und eigentlich haben wir das jetzt schon relativ schnell gehabt seht ihr jetzt steht das ganze schon mal ohne dass ich zugegreife nachdem ich das in der Wokrechten eingestellt habe ziehe ich hier die Schraube über der Face dass sie das nicht mehr verstellen kann was machen wir als nächstes wir schalten das System einmal ein dazu drücken wir einfach lang auf die Modustaste passt hat sich eingestellt und schon ist es ausgerichtet und er arbeitet auch schon Keiner Ortswechsel bin da rum jetzt da mit DJ Osmo Mobile 2 bei uns da in Köpfenberg auf der Loretti Köln ich glaube ich kann das jetzt irgendwie da aufnehmen so da wir sind da auch bei der Burg Oberkapfenberg herum und ich finde es nicht einfach eine shiny Location wenn es nicht so wichtig wäre wo man den DJ Osmo Shine testen kann ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Aufnahmen und nachher sehen wir uns wieder in der Warnung bis gleich der 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 viel Mind bis um bis ,. und bis Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fixierschraube auf der Hinterseite von der Halterung lösen und kann die Halterung um 90 Grad nachdrehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.